Liebe Windchristen, auf dem Wasser unseres Lebens gibt es immer mal wieder unvorhergesehene Windböen, die unser Lebensbot kentern lassen können. Solche Windböen heißen Arbeitslosigkeit, Scheidung, ein Haftgefunden, Depression und so weiter. Dann ist es besonders wichtig, eine Schwimmweste zu tragen, die mit Vertrauen auf Gott umschrieben werden kann. Das eigentlich schwierige Wort Religion heißt, sich binden, sich festhalten an dem, was göttlich bestand, verspricht. Der Weg auch des Petrus auf Jesus bewahrt ihn vor dem totalen Versinken. Schon bei unserer Taupe ist uns die Schwimmweste umgedeckt worden. Komm, ergreif ihn mir mit dir an von Jesus. Und in jedem Sakrament wird die Schwimmweste neu TÜV geprüft. Was hindert uns, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Darauf wird trauen, dass er uns trägt. Nein, besser, dass er uns trägt. Amen. Amen. Amen.